Ingel Gebäudetechnik Reissturz bei pep-münchen.de Einkaufscenter Pep Neu Perlach Dein Shopping Place to be Erlebe Sterneküche und TV-Sternchen Am 5. und 6. April Nur in deinem Pep Neu Perlach Hey, ich hab keine Lust auf die Bahnfahrt Lass uns doch lieber mit einem Lidwagen zum Ausland spielen Ha, so kurzfristig geht das nicht Viel zu kompliziert Unser Rezept für diesen Sommer Man nehme etwas hier von Eine Riese davon Ich schülle das Ganze drei Tage Und fertig ist Das Open Beat Energy präsentiert euch Süddeutschlands spektakuläres Open Air Festival Fünf Gebühnen über 150 Künstler und DJs Unter anderem mit David Fuentes Dream, Info Jack und Felix Zee Was ist das, wie viele Geile Habt ihr keine Show hier gerade Holt euch eure Tickets noch bis Sonntag In der vergünstigten Preisstufe Auf Open Beats WD Das Open Beats Festival Vom 26. bis 29. Juni in Herzogenaurach Präsentiert von Energy Verkehr Grüße zu euch auf die Straßen A92 Richtung München Zwischen Oberschleißheim und Dreieck Vom Ring bitte Vorsicht Da gab es einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen Da staubt das hier jetzt auch schon zurück 99 Ostumfahrung Richtung Nürnberg Zwischen Rassenplatz Aschheim Unter Chemies Manik steht noch im Defekte LKW Rechte Spur aktuell blockiert Und 99 Richtung Nürnberg Zwischen Haar und Kirche Aktuell 6 Kilometer Staub Blitzer Busbahn Das Blitz in Bogenhausen auf der Rappelhofstraße Sendling auf der Passauer Trudering auf der Wasserburger Landstraße Und in Aubing auf der Freienfelsstraße Wenn ich noch irgendeinen anderen Sauresstraße Dann gerne anrufen WhatsApp schicken 9333 ist die Nummer